haudi und herzlich willkommen zu einer neuen live stream ankündigung morgen abend geht's in den wilden westen und zwar in dem spiel outlaws of the old west ein survival mmo das erst kürzlich rausgekommen ist und da freue ich mich schon sehr drauf wenn wir uns das morgen abend dann ansehen vielleicht spiele ich das ganze dann sogar auf einem direkten online server so dass ihr da theoretisch nachscheinen könntet muss ich mal gucken vielleicht spiele ich das ganze aber auch im single player ich weiß es noch nicht das entscheide ich dann ganz spontan ja los geht's wie immer um 20 uhr auf twitch und wenn er zeit und lust habt dann würde ich mich freuen wenn er wieder vorbeischaut macht's gut vielleicht bis morgen servus